Sind wir nicht ein bisschen zu weit draußen? Sei nicht so in Angst, da, sonst passiert schon nichts. Hey, ich fress euch alle auf. Erst schnapp ich mir das eine Beinchen und dann das andere. Oh, ich kann euch in die Badehose reingucken. Da seh ich aber ein paar leckere Sachen zum Anknabbern. Da, 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 na, na. Oh, Augenblick, ich hab heut schon ein fettes Kind von nem Schlauchboot runtergenascht. Schon okay, ich bin in letzter Zeit viel geschwommen. Mh, lecker.